Mehrwert und Nutzen von COIL Hochschulen stehen vor der Herausforderung, ihren Studierenden nicht nur fachliche Inhalte zu vermitteln, sondern ihnen auch Future Skills beizubringen. Bildungseinrichtungen, die ihren Studierenden internationale Erfahrungen und Möglichkeiten zur Vernetzung bieten, bringen Persönlichkeiten hervor, die in der Welt von morgen erfolgreich sein können. COILs vermitteln und fördern Future Skills. Durch die Kollaboration zwischen Hochschulen aus verschiedenen Ländern lernen die Beteiligten über geografische Grenzen hinweg zu denken. Das stärkt die kulturelle Kompetenz und unterstützt beim Aufbau eines internationalen Netzwerks. Da Kollaboration nicht immer nach Plan verläuft, lernen die Beteiligten, wie wichtig Flexibilität und Empathie sind, um erfolgreich zu sein. Sie lernen, dass komplexe Herausforderungen nur mit guter Kommunikation und einem aufgeschlossenen globalen Blick gelöst werden können. Die selbstorganisierte Bearbeitung der kollaborativen Aufgaben ermöglicht es den Teilnehmenden, digitale Tools und Methoden in der Praxis anzuwenden. Das stärkt auch ihre digitalen Kompetenzen. Ein COIL steigert somit nicht nur auf vielfältige Weise die fachlichen Fähigkeiten ihrer Studierenden, sondern bereitet sie auf die moderne Arbeitswelt vor. Vom COIL Lehrkonzept überzeugt? Dann machen Sie Ihr eigenes COIL und bereiten Sie Ihre Studierenden auf globale Herausforderungen vor. Möchten Sie mehr über COIL erfahren? Dann sehen Sie sich gerne auch unsere anderen Videos zu COIL an. Auch Ihre Hochschule hilft Ihnen gerne weiter. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Starten Sie jetzt!